Hey Leute, ich weiß nicht, ob die Kamera gerade läuft, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr angespannte Situation. Unten befinden sich Menschen, die irgendwie mit einer Clowns-Maske hier durch das Gelände laufen. Gerücht nicht zur Folge, soll das der Schleicher sein. Du sagst ja, hier ist wirklich richtig was los. Der Adrenalinpegel ist echt oben. Und man läuft hier durch und man bewegt nicht, wo man ist. Das ist eine Location, die sucht echt seines Geil. Jetzt befinden wir uns gerade auf der Intensivstation. Was haben wir denn da? Zeichen für unmittelbare Lebensgefahr. Achtung, dies ist ein Alarm und dann da so. Das ist ein sehr, sehr unheimliches Gebäude hier. Ja, ich wurde gerade geprankt.